Intro Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es 5 Tipps für den Scout Wir fackeln auch nicht lange hin und her, sondern legen direkt los mit dem ersten Tipp und zwar geht es dort um den Sweetspot Der Sweetspot ist eine Distanz von Wert X bis Wert Y bei der ein Scharflüssengewehr 100 Schaden macht und damit auch bei einem Brusttreffer ein One-Hit-Kill ist Das ist so gesehen die perfekte Distanz für dieses Scharflüssengewehr Dieser wäre aber nicht bei jedem Scharflüssengewehr gleich So hat zum Beispiel das Gewehr 98 einen anderen Bereich als zum Beispiel die M1903 Und es gibt auch Scharflüssengewehre, die haben gar keinen Sweetspot Darunter die M1903 Experimental, die Russian 8095 in der Graben-Version und alle Varianten des Gewehrs M95 haben keinen Sweetspot Für die gibt es also keine Distanz, in der sie irgendwie in die Brust einen One-Hit machen können Die anderen haben es aber schon und wie kann man das am besten für einen nutzen? Den Sweetspot der Waffe, den kann ich ganz simpel im Anpassungsmenü direkt sehen Wo die anderen Stats auch sind, findet ihr ganz unten eben den Bereich, wo ich 100 Schaden mit der Waffe mache Und hier als Beispiel habe ich die M1903 Die hat den Sweetspot recht weit entfernt 100 bis 150 Meter In der Distanz mache ich einen One-Hit in die Brust Diese Distanz ist perfekt, um auf der Festung von V, bei dieser Spitze, sage ich mal, bis Flaggenpunkt B zu snipen Denn Flaggenpunkt B ist 130 Meter entfernt und damit genau zwischen den Werten von 100 und 150 Ich versuche also ganz simpel gesagt, die Gegner in diesen Bereich von Distanz her reinzubekommen Um sie dann, ja, leichter killen zu können Und wie schätzt man diese Distanz am besten ein? Wenn man den Sweetspot-Bereich weiß, ist es sehr hilfreich, einfach mal von seiner Position aus Sich an den Flaggenpunkten zu orientieren Weil wenn ich eine Flagge anvisiere, sehe ich, wie weit diese Flagge von mir entfernt ist Und anhand dessen kann ich ja auch abschätzen, wie weit denn der Gegner entfernt ist, der da gerade langläuft Da muss ich mich nur noch entsprechend positionieren, dass die Distanz mit dem Sweetspot hinkommt Und dann, ja, gibt's freie Kills Beim zweiten Punkt geht es um die Zoomstufen speziell Die von den scharfsten Gewehren, die über Kimme und Korn zielen Und nicht ein weiteres Visier auf ihrer Waffe haben Der Vorteil ist damit, dass ich auf kurzen Distanz mehr sehe, was um mich herum passiert Und ich kann auch im Visier repetieren Das kann sonst nur das Gewehr M95 Hier im Gameplay habe ich nun die Russian 1895 in der Infanterie-Version Und wenn ich ins Visier reingehe, sind die Gegner doch noch recht groß Obwohl ich ja keinen Scope so gesehen drauf habe Das liegt daran, dass ich in dem Anpassungsmenü die Zoomstufe des Kimme und Korns, des Ironsides auf 2 gestellt habe Ich drehe also extra im Nachhinein die Zoomstufe von eben so einer Sniper mit einem Kimme und Korn etwas höher Damit ich Gegner dennoch präzise noch wegschießen kann, ich aber weiterhin den Vorteil habe, dass ich zum Beispiel im Visier repetieren kann Wer also mit einem scharfsten Gewehr gerne etwas offensiver spielen möchte, kann auf jeden Fall darüber nachdenken, die Zoomstufe auf 2 zu stellen Aber klar, für Distanzschüsse über mehrere hundert Meter ist das zu wenig Doch dafür soll es ja gar nicht gedacht sein Der dritte Punkt ist das Bayonet Das Bayonet hat zwei Nachteile Einmal hat man mehr Rückstoß Und es dauert nach einem Sprint länger, bis man wieder schießen kann Aber stören mich diese beiden Punkte als Scout, als Sniper so gesehen Nicht wirklich, bist du gar nicht Deswegen gibt es für mich keinen großen Grund, auf das Bayonet beim Scout zu verzichten Bei zum Beispiel einem Assault, da kann man das gerne anders sehen Aber als Scout ist das Bayonet erstmal eine Notlösung Wenn die Waffe gerade leer ist, einfach loszurennen und ihnen, ja, das Bayonet reinzurammen Es ist insgesamt eine super Ergänzung zu den Standardwaffen Und kann einen im richtigen Moment den Arsch retten Deswegen nimmt das Bayonet auf jeden Fall mit Punkt 4 ist die K-Bullet Die natürlich fürs Erste gegen Fahrzeuge gedacht ist Und macht 5 bis 7 Schaden bei so schwer gepanzerten Bodenfahrzeugen Gegen Autos macht man ein wenig mehr Schaden Das ist insgesamt nicht so viel, aber besonders effektiv Falls sich ein gegnerisches Fahrzeug reparieren will Da nämlich die Reparatur von dem Fahrzeug bei jedem Treffer abbricht Und neu begonnen werden muss Und da kann man natürlich als Scout super dazwischen mischen Und die Reparatur jedes Mal abbrechen Wenn ihr also seht, dass sie am Panzer zurückgezogen hat Und dass sie den Anschein macht, dass sie sich jetzt reparieren will Könnt ihr ihn wirklich damit stören und immer wieder mal einen Treffer setzen So dass er sich eben nicht reparieren kann Und währenddessen kommen dann eure T-Mails Bestenfalls die Assaults Und hauen dann den beschädigten Panzer kaputt Aber nicht nur gegen Fahrzeuge macht die K-Bullet mehr Schaden Sondern auch gegen die Elite-Klassen Sei es nur die aufhebbaren Oder auch die Reiter-Klasse Die Klassen sind nämlich gepanzert Und die normale Munition macht da nicht so viel Schaden gegen Die K-Bullet macht auch nicht den gleichen Schaden Wie gegen den nicht gepanzerten Soldaten Macht aber mehr, als wenn man eben mit einer normalen Mit der Standard-Munition Gegen die Elite-Klasse schießen würde Es ist zwar nur ein kleiner Unterschied Kann in richtigen Momenten aber schon sehr entscheidend sein Und am Ende einen retten Gegen die normalen Infanterie-Klassen macht die K-Bullet aber nicht mehr Schaden Als die Standard-Munition Und bei Punkt 5 geht es um die Colibri Die kleinste Waffe der Welt Und die stärkste Waffe in Battlefield 1 Naja gut Das zweite stimmt vielleicht nicht ganz Ist aber insgesamt ein ganz witziges Ding Um die freizuschalten braucht ihr Level 10 mit dem Scout Dann könnt ihr euch die freikaufen Gleichzeitig gibt es dann noch die Martini-Hendry Die seht ihr auch gerade hier im Hintergrund Die Colibri kommt mit einem 8-Schuss-Magazin Und macht in die Brust bei einem Gegner Ja, so um die 5 Schaden Bei also einem Gegner mit 100 Leben Wird das nichts Da werdet ihr mit einem Magazin hier nicht totbekommen Wenn ihr nur in die Brust schießt, dabei gemerkt Um also Colibri-Kills zu bekommen Müsst ihr vor den Gegner mit eurer Primärwaffe Eben hier der Martini-Hendry Die macht im Nahkampf 90 Schaden Einmal abballern, hat er nur noch 10 HP Dann wechselt ihr zur Colibri Und macht die letzten Treffer Und habt dann euren Colibri-Kill bekommen An sich ja auch Wie man das bei jeder anderen Pistole ja auch machen würde Wenn der Gegner angeschossen ist Zur Pistole wechseln Und den Rest fertig ballern So ungefähr geht es hier dann auch Was man bei der Colibri aber noch wissen sollte Ist, dass der Kopftreffer Nicht nur 10 Schaden macht Sondern 25 Der Kopftreffer hat also Einen 5-fachen Multiplikator Zur normalen Munition Dennoch natürlich sehr schwer Bei einem Typ mit 100 Leben Ihn so down zu bekommen Aber hey Eine Information Die schon sehr wichtig sein kann Aber gut Das wären meine 5 Tipps Für den Scout Hoffentlich hat es euch gefallen Man sieht sich beim nächsten Mal Haut rein Ciao Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank.